Hallo und guten Morgen aus eurer Bücherei. Heute wollen wir euch ein paar Buchempfehlungen aus den Reihen geben, die jetzt alle wieder fortgesetzt werden im Jahr 2023. Da hätten wir mal für euch mitgebracht, als beliebte Angelika Schwarzhuber. Nach den hitzigen und turbulenten Zeiten kommen jetzt die runden Zeiten aus Band 3. Ganz heiße Empfehlung. Ja, Dora Held, auch bestens bekannt bei uns. Das ist jetzt der Band 1, Drei Frauen am See. Da gibt es jetzt den dritten Band dazu und der heißt Drei Frauen und ein falsches Leben. Ist auch schon bei uns, aber gerade entliehen. Ja, und bei den historischen haben wir uns jetzt hier die Carmen Korn ausgesucht. Da haben wir ja ganz neu jetzt Band 1 und 2 von der Drei-Städte-Saga. Also ist auch ein Wunsch gewesen, aus dem Wunschbuch. Die ist auch für euch jetzt alles da. Bei den Krimis haben wir einmal von Klaus-Peter Wolf noch die Ostfriesen-Gier. Das ist jetzt schon der Band 17 dieser Ostfriesen-Reihe. Den kennen also ganz viele und leihen sich auch ganz viel aus bei uns. Und auch der Stefan Ludwig, die Zorn-Reihe, das ist jetzt hier der Band 8. Aber es gibt jetzt schon bei uns den Band 12. Der heißt Ausgelöscht. Wünschen wir euch viel Spaß mit diesen vielen Reihen.